Was bist du für ein Sternzeichen? Das haben wir doch gar nicht geklärt. Vage es nicht, mich nach meinem Sternzeichen zu fragen. Glaubst du etwa an sowas? Ach du schon wieder. Oh, Schütze, wir müssen los. Wirklich, ich hab echt stein Bock mehr. Stier kalt oder was hast du denn Schal? So, sag mal eine ganz persönliche Frage. Bist du eigentlich Jungfrau? Oh, Glückskekse.